So, es geht weiter mit Clash of Clash, ich freue mich so, dass es endlich funktioniert, dann mit dem Rathaus und ich kann so viel machen, das ist wahnsinnig, ich habe hier gerade mal eine Armeelager gebaut, ein Level 1er, das hat 20 Truppenkapazitäten dazu bekommen, mega krass, also ich werde so viel ausbauen, das ist unfassbar, und ich werde jetzt wirklich, bevor ich auf Rathaus Level 8 gehe, werde ich wirklich alles maxen, was geht, denn es gibt so viel, was ich jetzt maxen kann und wechseln muss, unter anderem noch sogar eine zweite Luftabwehr, die ich da bauen kann, apropos Verteidigung, ich habe ja gar nicht gesehen, dass ich hier sogar noch hinten was bauen kann, das ist ja auch interessant, Nehmen wir noch eine zweite Riesenbombe hier hinten mit hin, würde ich sagen, kurz vor das Rathaus, falls da einer mein Rathaus in die Luft jagen möchte, und dann noch eine suchende Luftmine, die ist jetzt ganz neu, nehmen wir auch hier, am Rathaus, so, dann würde ich sagen, tja, mehr gibt es gerade nicht zu tun, also vom Bauen her, ich würde auf jeden Fall die Luftabwehr gleich noch bauen, das kommt dann so in etwa mit der Zeit hin, wo ich dann wieder aufstehe und Irgendwann bald mal wieder am Dings bin, am Tablet bin, das fehlt noch, das kommt dann morgen dran, sobald ich Bauplätze frei habe, Ähm, Armeelage kommt dann auch morgen dran, sobald ich Bauplätze frei habe, und das war es eigentlich, wir haben, hier gibt es ja nicht wirklich viel, also Luftabwehr und gut verborgenen Tester muss ich auch noch auf jeden Fall zweimal erbauen, Das ist krass, aber ich brauche halt Bauarbeit, das ist, glaube ich, das Problem eher, die Bauarbeiter statt die, äh, die Kosten dafür, Ja, und ich würde sagen, wir farmen einfach mal, wir haben hier, ich habe das ja schon bestimmt gesehen, ich habe hier wieder ein bisschen ausgebaut, 98.000 Gold und je nachdem, wie viel ich am Ende des Parts habe, werde ich dann halt meine Mauern ausbauen, oder halt die Mauern, ähm, die um mein Dings herum sind, um mein, um meine Lager, Nebenbei vielleicht noch ein bisschen Pokale farmen, damit ich wieder ein bisschen verlieren kann dann an Punkten, wenn ich ein bisschen farme, So, die sind alle da drin, leider, die ganzen Rohstoffe in den Lagern drin, 74.000, äh, das ist ein bisschen zu wenig, 106.000, das ist schon ein bisschen interessanter, Das nehme ich auf jeden Fall auch mit. So, Cloudmier, ah, ein Mörser, der ziemlich stark ist, der alle meine Kobolde tötet, Zwar übertrieben etwas, aber ist okay. Ja, mein Mörser, der Mörser kann ich angreifen, einfach weil meine Leute gerade, meine Gobbos, da rumstanden, so, lass uns, schicken wir die da mal mit rein. Aua. Ein bisschen Elixier noch mit abchecken. Und das Gold noch ein bisschen aus dem Lager rausnehmen. Damit es jetzt ein bisschen gelohnt hat. So, ich glaube an die 50% komme ich nicht mehr ran, von den Bauern her, äh, von den Bauern, was? Von den Gebäuden her, meine ich. Ja, aber 93.000 ist da ganz in Ordnung, das finde ich gar nicht so schlecht und ich würde auf jeden Fall, wenn ich dann den Livestream mache, bald von Clash of Clans, dann werde ich auf jeden Fall die Kasernen boosten. Ist ja wirklich abartig, wie lange das geht, äh, wie langsam das dauert. Was? Wie langsam das geht oder wie lange das dauert? Äh, nix kombinieren hier. Ähm, ja, auf jeden Fall das hier dann auch. Dann kann ich dreimal, also insgesamt dann viermal Gobos machen, wenn die Kasernen ja auch fertig ist. Das ist so megageil. Ich freue mich da definitiv drauf. Ja, ich werde morgen so viel upgraden, das ist unfassbar. Äh, uns fehlt aber noch ein bisschen Ressourcen für noch eine Mauer. Da werde ich mal ganz kurz noch, 22 Gobos habe ich noch, das ist ein bisschen zu wenig. Da würde ich gerne noch ein bisschen warten. Wir können auch mal ein bisschen gucken, hier. Ja, ansonsten ist hier nicht viel passiert. Unser, der Clash ist ja wieder voll. 50 Leute sind wieder drin. Ah ja, genau. Mein Dings fände ich ja auch. Ach, die lassen wir jetzt mal drinnen, die Clan-Krieg-Beute. Die haben wir noch ein paar. Siehst du, ein paar Wurzelste ich auch noch? Das ist aber natürlich ungünstig, weil ich, wenn ich Ressourcen farmen will. Ha, so ein kleiner Mörser ist ja niedlich. Ja, können wir gleich noch ein paar Punkte farmen, damit wir halt dann wieder ein paar Punkte... Uh, 128.000. Ja, schnieke, oder? Nehmen wir gleich mal mit, würde ich sagen. Hier, komm. Oh, das wird immer wieder so laut. Nehmen wir mal vorsätzlich erst mal das Gold mit. Diese beschiste Clan-Burke ist so laut. Das ist unfassbar. So, von mir jetzt mal wieder 19 Punkte, aber das macht nichts. Ja, ich brauche Kobold, ne? Und ein Kobold sieht schlecht aus. Mit dem Ressourcen-Farmen. Ja, da ist noch halt die Mine drin. Wo die restlichen Punkte drin sind. Oh, wieder 100.000 Gold. Ach, das ist so toll. Ja, wenn man nicht die ganze Zeit Punkte verlieren würde, dann würde ich hier 100 Wochen farmen. Aber, man braucht halt Punkte. Da kann man gleich nebenbei mal... Ach ja, 25 hat das Ding ja nur an Kapazitäten. Etwas ungünstig. Aber wir können wieder ein Maulstück ausbauen. Das freut mich ja schon mal wieder. Zack. Und da haben wir wieder 200.000 investiert. Gut, dann würde ich sagen, wir können noch eine kleine Dorfbewertung machen, damit wir das auch wieder langsam wegkriegen, weil die Liste ist ziemlich voll. Ich habe mir jetzt noch mal ein bisschen die Excel-Tabelle gemacht. Im Livestream-Tabelle könnt ihr das dann gerne mal sehen, so die Tabelle, wie sie bei mir aussieht. Und zwar sind da aktuell 45 Leute von der Klarenbewertung drin. Und 16 sind erst fertig. Bilosser, Bilosser, wie auch immer, ist jetzt wieder da. Und sollte jetzt eigentlich online sein. Und seine Basis wieder aufgebaut haben. Da ist er. Bewerten wir. So, da ist er fertig. Da sieht man es wieder. Alles hier wieder. Frisch im Gange. Bogenschützen. Barbaren. Keine Gobbos. Oh. Keine macht den Gobbos. Ah, denn die Mine sieht krass aus. Die Bombe sieht krass aus. Aber hier gibt es keine Info mal zu. Keine Info für die Bombe? Ist ja interessant. Ja. Mauern. Ziemlich gut geupgradet bisher. Ich glaube, das ist ja sogar die teurere Variante. Aber ich weiß gar nicht, wie das Rathos sind. Das sind sie ja schon. Rathos Level 8. Ich bin noch nicht Rathos Level 8, ne. Ich bin erst Rathos Level 7. Oder? Aber egal. Jetzt kurz nachgucken. Schon wieder vergessen. Ja, ich bin Rathos Level 7. Ja, da habe ich aber noch Zeit, das zu machen, bis ich bei ihm bin. Also, er ist auf Level 74. Bisschen weiter. Ja, aber Warenkönig Level 5. Ähm, weiß ich nicht, ob das so toll ist. Also, je nachdem, wie viel man braucht dafür. Da muss ich erst mal noch den wahren Wert von dunklen Elixier schätzen, wenn ich dann irgendwann mal den, den Elixier Bohrer habe. Wer, wo steht denn der bei ihm hier eigentlich? Da unten ist er, der dunkle Elixier Bohrer. Ähm, ja. Hier unten wird, ähm, sollte jemand auf die Verteidigung gehen wollen, wird auf jeden Fall direkt gesprengt. Und zweimal sogar. Sogar verborgene Tesla. Auch damit dazu Luftminen, die auf jeden Fall mal ausgebaut werden. So, ich glaube, die suchende Luftminen könnte man mit diesem Rathos Level schon ein Stück weiter ausbauen. Aber da bin ich nicht ganz sicher. Alter, drei Goldlager mit Level 11. Das ist so heftig. Er kann einfach mal 6 Millionen lagern. Das ist so krass. Werde ich auf jeden Fall auch bald upgraden, sobald immer das Wichtige fertig ist, wie das Labor und die Kaserne. Obwohl, eigentlich war es Spaß, nicht die Kaserne zu upgraden. Ähm, da hätte man für das dunkle, äh, für das Elixier, glaube ich, ein bisschen was anderes machen können, weil die Kaserne, hm. Brauche ich den Drachen? Eigentlich nicht so wirklich, wa? Na gut. Ähm, zwei dunkle Kaserne hatte ich hier. Eine auf Level 1 erstmal nur. Er hat drei Riesenbomben. Wahrscheinlich kriegt man dann im nächsten Level dann noch eine Riesenbombe. Und es sind noch fetten Kanonen hier. Ähm, mega krass sehen die aus. Die Level 11 sehen natürlich noch geil aus. Ich weiß gar nicht, wie war Level 11 das Maximum von mir den Dingern? Ich glaube, alles ist maximal Level 11. Ja, ansonsten, seht ihr, das ist eine schicke Base, finde ich. Ziemlich gut verteidigt und halt auch, äh, recht gut organisiert, ähm, wegen Mauern und so weiter. Das ist nicht so leicht, da durchzukommen. Ähm, überall ist eigentlich recht gut gedefft gegen jegliche Art von, von Gegnern. Oh, was ist denn von mir, Alter? Was ist denn mit dir verkehrt? Mienwerfer. Müsste aber auch schon maximal Level sein. Ja, hier, kein Non-Fern, der hat doch alle auf Level 9. Müssen auch mal Level 10 gemaxt werden. Seine Bauhütten ratzen gerade drei davon. Also Leute, farmt mal und, ne? Ihr wisst schon. Baut mal aus. Drei Bauhütten unbenutzt ist ja, geht ja gar nicht. Ja, ansonsten, schicke Base, finde ich. Also, gar nicht so schlecht. Ja, da wollen wir 6. Ich will auch, ich will auch, ich will auch. Ich will meine Ghost Maximal-Level haben. Die müssen so viel klauen ohne Ende, damit ich ganz so viel immer setzen muss und so viel durchhalten müssen. Er hat 1, 2, 3 verborgene Tesla. Oh, die hat sogar schon die Mauern angefangen. Mauern Level 8. Was jetzt nicht unbedingt so billig ist. Ich glaube, eine Million war das, ne? Kostet die doch? Oder 500.000? Irgendwie so. Ne, ganz im Engel jedenfalls. Ist aber gut, da kann man auch mal was zum Farmen. Und ja, ich bin ja immer so einer, der meckert, wenn alles fertig ist. Ne, warum ist das so billig? Ja, ansonsten, schicke Base, finde ich. Also, kann ich jetzt nicht wirklich dran was meckern. Ich finde es ganz in Ordnung. Halt die Bauhütten sind unbemannt, sage ich mal. Ohne, 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 na, ihr wisst schon. Ups, nicht Clan-Krieg. Ohne Auftrag halt. Tja, wir haben noch 824 gewählen. Dann werde ich auf jeden Fall die Kasernen boosten. Kostet ja 10 Stück für 2 Stunden. Passt doch ganz gut für den 2-Stunden-Stream, den ich da machen würde, wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, was überhaupt in meinem Dings drin ist. In meinem Clan, in meiner Clanburg. Ich glaube, da waren jetzt, da muss ich ja nochmal nachgucken. Ein paar Kobolde. Noch mehr Kobolde und 10 Bogenschützen. Ja, gar nicht zu wenig. Kann man, kann man ganz gut benutzen, wenn man hier denn... Oh, der hat, ah, der hat keinen Mörser, die arme Sau. Aber der hat einen scheiß Wizard-Turm. Das geht mir auf den Sack. Dann will ich die Pokale nicht haben. Ah, komm schon, das gibt's doch nicht. Ey, ist doch ein Scherz, oder? Wie kann denn das bitte bis dahinter gehen? Du behindertes Drecksding. Tja, da habe ich die 17 Pokale verloren, weil es einfach so eine krasse Range hat. Wahnsinn. Yay, geschafft. Okay, doch, gerne Pokale verloren. Alles wunderbar. So farme ich Pokale. Kann eine Weile dauern, immer. Weil ich halt meist nur recht wenig Bogenschützen einsetze, halt, um nicht so viel Kosten zu haben. Aber ich kann ein paar mehr reinsetzen noch. Na, der wird getötet, ganz klar. Aber vier Bogenschüssen sollten recht schnell gehen. Ähm, wir ansonsten sind hier noch ein paar... Was ist immer so laut, diese Angriffe? Scheiß-Sound, das gibt's doch nicht, ey. Bring mir auch nicht viel, weil der Scheiß-Tuch da hinten lang. Ja, komm, greift das Scheiß-Gold-Lager, bist du bescheuert. Manchmal war ich mich echt, wie dumm diese Einheiten überhaupt sind. Ja, nochmal schön sieben Pokale bekommen. Na, neun Pokale sogar. Yay. Warum auch immer wir Erfahrung bekommen haben. Aber ich glaube, man kriegt so eine Erfahrung war für jeden Kampf. Deswegen geht es hier manchmal nach oben. Interessant, dass man Erfahrung bekommt, habe ich auch noch nicht gewusst. Nicht wirklich. Also, ich hab's mir schon gedacht, aber noch nicht wirklich so gewusst. Gut, dann suchen wir uns noch ein mit Ressourcen. Den kriegen wir noch hin, irgendwie. 30.000 ist ja nix. Da müssen 100.000 mindestens sein, ansonsten gehe ich da nicht ran. Dafür sind mir die Pokale zu schade. 68.000 ist natürlich auch interessant, aber das sind zwei Minen hinter den Mauern. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Da kriege ich einfach zu wenig. Da bin ich geizig. Da sind meine Kurbeln mir echt zu schade für. Mäh, auch nicht. Auch nicht, auch nicht. Ja, das kann dauern unter Umständen. Einen weichen immer. Bis man da was unglaublich Gutes findet. Deswegen ist das kein Lack. Das ist einfach nur Ausdauer. Die Gegner zu suchen, bis man wirklich einen Chicken findet. Und solange halt die ganzen Gebäude upgraden, hat man ja immer Zeit. Und solange neue Einheiten nachkommen, kann man ja immer wieder mal die ganze Zeit suchen, bis wieder neue da sind. Da kann man auf Kampfbänden drücken und dann halt wieder neue Gobbos mit dem 35 auf von 35 Gobbos, schauen wir mal, wie viel wir jetzt haben, zum, alte, zum Dingsraum. 39, das ist immer ein 4 mehr. Aber irgendwie, nachts wird das nicht so wirklich was, glaube ich. Die sind alle kurz vorm Schlafen gehen, haben sie alle nochmal alles entleert. Aus der alleine, vorhin mit 300.000. Na, komm, nehmen wir das mit. Aber das ist ein scheiß Mörser. Ach, lassen wir das. Lassen wir das Farming für heute. Das reicht. Und ja, schauen wir mal, wie es morgen dann abgeht. Ich werde auf jeden Fall, was wollte ich noch upgraden? Genau, die Kaserne wollte ich upgraden. Zwei Stunden nur, okay. Irgendwas hat doch acht Stunden gedauert. Hier, so eine Bombe hat acht Stunden gedauert, habe ich aber kein Gold für. Ach, Mendo, was denn da los? Bogenschützen-Turm, 30 Minuten. Na, machen wir noch eine Kaserne dazu. Ja, irgendwas muss ich upgraden. Für 300.000, ja, hätte ich jetzt natürlich noch ein bisschen Elixier. Ich habe da ganz viel ein bisschen Elixier-Farm. 140.000 Elixier noch muss ich fahren. Ja, ich würde sagen, ich mache das dann gleich offscreen. Kann Ewigkeiten dauern, bis ich hier vielleicht noch was finde. Ey, wie danke für's Zuschauen. Wir sind im nächsten Part wieder von Clash of Clans. Vielen Dank für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.